Yo Leute, weiter geht es mit einer neuen Runde Star Wars Battle on the Front mit dem Mann, der die Front aus erster Sicht erlebt hat, Quantum. Haha, hallo. Und ich bin tot. Ah, das ist ein depressiver Einstieg. Ja, ich bin direkt von Hansi Solo. Nicht schlecht, nicht schlecht. So mag ich das. Reinkommen und verlieren. Das ist genau mein Ding. Das war super. Ich bin losgelaufen und dann war es vorbei. Ja, und ich bin zweimal gestorben, weil du wieder getrödelt hast. Jetzt bin ich Boba Fett und jetzt werde ich alles wieder gut machen. Oh mein Gott. Ich bin Pipey. Ist doch gut. Platte. Kardinal Ratzinger bist du. Boah, ich habe nur noch 70. Gib mir mal Heilung. Da kam ein Schuss. Was machst du denn? Da kam ein Schuss und wurde direkt hier hart getroffen. Gibt es noch einen anderen Weg? Wir müssen zusammenbleiben. Zieh dich mal zurück. Geht da ab. Lenk die Kugeln ab. Ja, intelligente Rakete. Hallo. Kommt mal hier. Gib mir hier. Gib doch noch mehrere. Öffnung. Rechts von uns. Hinter uns. Hinter uns kommt das. Wo? Ich bin bei dir. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Er war doch hier hinten. Ja. Alles klar. Ist tot. Luke. Ah, hier. Jo, der ist down. Achtung, sie kommen rein. Sie crashen durch. Leer, 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 leer. Wow, wow. Ich bin fast tot. Ja, sie zieht sich zurück. Nein, nein, nein. Ich bin bei 50 und darf geht es auch nicht gut. Übertreib es nicht, Quenny. Wir brauchen Heilung. Du kannst heilen. Du bist der Einzige, der heilen kann. Ich habe sie verwundert. Oh, rechts ist es. Ich habe sie getötet. Rechts ist es auch noch. Oh, ich muss zurück. Ich bin fast tot. Kannst du Heilung raushauen? Zieh dich mal zurück. Geh nach hinten. Geh nach hinten. Geh nach hinten. Quantum, kannst du eine Heilung geben? Ich bin so gut wie tot. Ich bin 50. Ja, das geht ja noch. Ich habe 20. Oh, da kommt eine Granate. Wow, das war keine normale. Ich glaube, es war ein Bloader. Okay, es ist nur noch Hansi hier. Wo ist Hansi? Der ist oben. Komm mal zurück. Komm mal zurück. Komm mal zurück. Nee, komm. Zu Hansi. Oh, wir sterben. Zu Hansi. Zu Hansi. Wo ist er denn? Oh, shit. Oh, ich habe nur noch ein HP. Dann geh zurück. Geh zurück. Ich bin oben. Ich bin oben und... Puh. Wer hat mich denn so gut erwischt gerade hier? Holy shit. Ich habe 18. Fuck. No, 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 no. Ich muss rennen. Ich muss einmal hier rum. Ich weiß gar nicht, wo er ist. Wow. Wow, ich habe nur noch 12. Ich bin hier wie jedes andere. Wo sind denn alle? Überall und nirgendwo. Wo sind meine Freunde? No, ich wurde von der Rakete erfasst. Wo bist du? Ich bin wieder da, wo wir angefangen haben. Ah, mein Herz. Wo ist Hansi? Es darf keiner sterben mehr. Ich habe 12. Kannst du heilen? Ich muss mich heilen. Ich habe 9. Ich habe fucking 9. Okay. Wo ist Hansi? Der campt irgendwo, oder was? Okay, Halleluja. Oh, wir haben gewonnen. Ui, das war echt mies. Also, die haben mich gejagt. Die haben mich echt gejagt. Ich dachte schon, jetzt ist es vorbei. Aber direkt hier mal 5 Kills geholt. Wow. Wieder aber auch direkt am Anfang hier. Die haben wir noch nie gespielt, ne? Bei Helden und Schurken haben wir die noch nie gespielt. Nee. Aber wie du direkt hier am Anfang in dem Tunnel zerstört wirst. Guck mal, hier kam schon wieder eine Rakete oder sowas durch. Und ich glaube, die anderen, die spielen taktisch sehr unklug. Oh, wow. Die campen da oben auf dem Schiff. Und zwar sehr erfolgreich. Habe ich mich gerade hier eingesperrt? Nee. Ich renne mal hier rum. Luke hat mich gerade zerstückt. Bin der hier verletzt? Nein. Ich bin oben auf dem Schiff. Boah, komm schon. Die spielen richtig schlecht. Die spielen richtig schlecht. Ich habe nicht mal irgendwie Großgegner gesehen. So schnell ging das. Okay, ich bin wieder Boba. Wir müssen taktisch bleiben. Wir beide sind die einzigen. Wir sind die einzigen, die es reißen können. Achtung, da kommt gleich was durchgeschossen. Gehen wir mal links durch, aber so? Nicht hier in der Mitte? Ja, lassen wir hier lang. Wir umgehen sie. Wir machen ein bisschen Taktik. Die sind bestimmt wieder da oben. Ich gehe aufs Schiff rauf und gucke mal, ob ich irgendwas säubern kann. Rechts ist er Luke. Wo ist Luke? Nee, Hans und Leia sind beide rechts. Ja, da. Hier geht was, hier geht was, hier geht was. Lass Leia grillen. What? Der hat mich besiegt? Wer hat dich besiegt? Er hat zwölf. Wer? Hansi? Er hat zwölf. Ich dachte, ich kriege ihn. Wow, 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 wow. Wo ist Hansi? What the fuck? Der hat mich... Wo ist er denn hin? Oh shit, das war Hansi, er hat neun. Ich hab Mr. Solo. Nein, hab ich nicht. Ist er noch am Leben? Ja, er ist tot. Oh, die Prinzessin. Holy shit. Oh shit, die macht mich, die macht mich, die macht mich, die macht mich. Haben wir noch jemanden? Ich bin der Letzter. Nee, wir haben noch jemanden. Zwei, zwei. Oh, ich muss rennen. I'm on the run. Leia ist oben, Leia ist oben. Ja, aber ich komm da grad nicht hin, ich hab nur noch sieben. Ich versuch am Leben zu bleiben, ich bin der Letzter. I'm the last one. Ich hab Hansi getötet, ich hab meinen Soll erfüllt. Sie hat 70 und ist oben auf dem Ship. Ja, das ist ja ganz schön. Dann geht rauf und versuch sie zu töten. Tja. Ja, aber wo ist Luke? Skywalker rennt ja auch noch rum. Boah, ich hab... Das hat mich in jetzt erwischt. Ja, ich bleib hier hinten und versuch zu überleben. Ihr müsst das irgendwie reißen. 57 hat sie noch. Wo ist sie denn? Oben auf dem Schiff. Ja, genau in der Mitte oben. Intelligente Rakete. Na Mist, die ist dagegen geknallt. Ich hab sie angeschossen, glaub ich. Sie ist wieder im Schutzschirm. Sie hat nicht mehr viel. Ich ziele nur auf sie. Ich geh zwar drauf, permanent, aber ich versuch... Boah, ich bin down. Ich bin down. Da kam sie reingerannt. Ich hab mich zu sehr eben gerade auf sie konzentriert. Ah, Mann, die hatte gar nichts mehr, ha? Shit. Shit, shit, shit. Hansi hat das schnell vorher gemacht. Hat mich wirklich schnell. Das hätte ich jetzt nicht gemacht. Ja, klar, du bist kein Kämpfer. Du bist kein Kämpfer. Du bist eher so jemand, der unterstützt und hinten bleibt. Das ist dein Business. What the fuck? What the... Was ist das Lack? Ich bin tot. Da kam ein Schuss und Hansi hat mich direkt zerlegt. Wie schnell ihr reagiert. Oh, Mama mia, du. Oh, hier ist Hansi. Hansi, tu das solo. Oh, shit, Leia und Boba rennen hier. Oh, shit. Ja, er hat mich zerlegt. Aber er hat nur noch 43. Was? Komm schon, ich würde gerne nochmal hier als Truppler kommen. Ist wahrscheinlich nicht dran. Das läuft, das läuft, das läuft. Ich kann hier ja stimmen. Das Ding spawnen vergesse ich immer. Was? Wow, haben wir ein tolles Team. Ich dachte, wir haben eh noch zwei und plötzlich... Ja, plötzlich waren die weg. Ist überhaupt jemand von denen gestorben? Ich glaube nicht. Guck mal, 19. Oh, jetzt bin ich hier. Der Imperator, Gott sei Dank. Fuck, ich darf. Lass uns zusammenbleiben. Lass uns... Auch direkt hier aus dem Tunnel raus. Der schießt einmal hier durch und du bist tot. Wieder an die Seite. Ich versuche lange zu überleben, damit wir die Truppler haben. Go, Truppler! Wir sind wieder immer oben, oder? Zum Shit. Du kannst da auch hoch. Rechts ist Leia reingelaufen. Ich folge dir. Du bist der, der voraus muss. Ich unterstütze dich. Ich werfe eine Granate! Der ist die Richtung. Sie ist vor uns. Ja, gut. Ist sie tot? Ja, hab sie, hab sie. Sehr gut. Halleluja. Wie geht es deiner Gesundheit? 100. Wow. Keine Ahnung, was sie gemacht hat. Was geht los? Wow, 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 wow. Wow, ich bin fast tot. Alles klar. Shit. Shit, shit, shit. Hab ich Loot noch erwischt vorher? Oh, ich bin der Letzte schon wieder. Ich bin schon wieder der Letzte. Das gibt's nicht. Ja, und Hansi ist noch. 1-1. Ja, aber wie stark ist Hansi? Bleib cool. Ich kann mich heilen. Ich hab den großen Vorteil, ich kann mich heilen. Oh, die kommen alle. Wo ist denn Hansi? Die sind alle oben. Alle. Oben auf dem Schiff, oder was? Ja. Hansi ist direkt vor mir jetzt. Auf dem Schiff ist niemand oben. Hansi ist unter dem Schiff. Unter dem Schiff ist Hansi. Ich hab ihn eben gesehen. Oh, yes. Oh, Gott sei Dank. Meine Güte. Aber die müssen jetzt nur einmal gewinnen und das war's. Und unsere Leute können gar nichts. Du hast ja gesehen. Wir gewinnen nur, wenn wir die Helden sind. Weil wir die Einzigen sind, die ein bisschen denken. Gehen wir weg von der Mitte her. Dass wir da hier an die Seite gehen. Guck mal, alle rennen auch in die Mitte und sind halb tot. Weil die schießen da Raketen und Scheiße rein. Hast ja auch gar keine Chance. Hier, guck mal. Da stehen sie alle. Ja. Yes, hier einmal schön mit dem Thermal rein. Und da wurde ich zerlegt von einer intelligenten Rakete. Aber da hab ich gut Schaden ausgeteilt. Im Ernst? Darf ich schon tot? Das meine ich. Leia hat 68. Das meine ich. Ich vergesse immer auf den anderen Truppler zu klicken. Ich hab das in keiner einzigen Runde hier gemacht. Wo sind die denn? Wo sind die denn? Wo sind die denn? Oben? Oben. Alle oben, oder wie? Ne, jetzt ist er wieder runter. Hansi ist down. Hansi, ich seh Hansi. Aber Hansi ist gut getroffen. Komm schon. Hansi ist fast down. Fast down. Er hat nicht. Ich hab erzielt noch. Elf. Elf hat er bei mir gehabt. Ne, ich hab auch noch draufgeschossen. Oh, Blatt ist nur noch am Leben und der schafft es eh nicht. Fuck, es sind doch alle drei am Leben, ja. Ja, ja. Ich hab schon wieder vergessen den... Oh. Der hatte sieben. Meine Güte. Meine beschissene Güte. Ich will ein Rematch. Ich will ein verdammtes Rematch. Und ich will es gewinnen. Ich will es einfach gewinnen. Aber die waren deutlich überlegen. Schau dir mal die Kills an von denen. Und die Statistik. Die haben uns gut gegeben. Die haben uns richtig gut gegeben. Rematch im nächsten Part. Im nächsten Part wischen wir den Boden auf mit denen. Schaltet also wieder ein und tröstet uns. Unterstützt uns mit Bewertung. Damit der Schmerz nicht ganz so lange brennt. Hey, hey, hey. Ich? Okay. 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 Tschüss. Tschüss.